Ich spritz ein bisschen, okay? Ich spritz ein bisschen ab und... Zweimal gegen den... Zweimal gegen den Motorraum gehauen und schon kaputt, die Scheiße! Das ist so behindert. Machen wir das hier aufs Dach. Das muss raus, oder? Junge, die... Ey! Ah, du Scheiße! Boah, Scheiße, mein Junge! Alter! Digga, ich hab das abgebrochen! Guckt euch das mal an! Das ist abgebrochen! Und stellt euch mal vor, jetzt werden irgendwelche Menschen in Gefahr. Normalerweise muss man das doch einfach hier abziehen, zack und batz und betz! Fertig! Nein! Es ist abgebrochen! Boah, Digga! Das muss eigentlich... Die wollen mich doch verarschen! Warte mal! Ah, jetzt! Ach, du Scheiße! Problem! Wir können nicht alles machen, versteht ihr, was ich meine? Wir fackeln am besten noch das Auto an. Scheiben einschlagen, ich würde das Auto abfackeln. Ich würde das überschlagen lassen! Dann mit den Feuerlöchern! Aber dafür braucht man ein Grundstück! Äh, warte! Woh, das ist schon leer! Woh, das ist schon leer! Woh, das ist schon leer! Was passiert eigentlich, wenn man das in die Fresse bekommt? Digga, dieses Auto ist kaputt! Es ist komplett kaputt! Es ist komplett am Arsch! Motor ist kaputt! Alles ist kaputt! Es piepst immer noch! Hört mal! Das piepst und piepst! Das läuft immer! Egal ob Batterie leer, egal ob Motor kaputt, das läuft immer. Ja, so, ich bin Influencer und hier... Hey, hallo, meine Lieben, was ist das hier, was ist das? Nee, die war scheiße, Digga, die war dick scheiße. Das kann ich nicht hochladen, das ist dick Blamage. Und so läuft es den ganzen Tag, wenn ich Storys mache. Deswegen kommen auch so wenige, weil ich für eine Story sechs Stunden brauche. Bruder, jetzt kommt noch hier ein Zug. Ah, das ist gut, das ist gut, das ist eine gute Story. Das ist eine gute Story. Ah, das ist gut, das ist gut.